jetzt mal mit dem höchsten durchschlag da ist jetzt habe ich vergessen die andere munition rauszunehmen jetzt hast du 100 mit oder 50 schlimm genug stark weil sie ist auch im turm gelagert gut da habe ich zum glück nicht ich habe nur die seiten hinten im turm mich das kann natürlich tödlich enden ich habe abgebremst und habe den immer noch ein bisschen weggeschleudert ich wollte mal so nett sein die haben 384 8 8er flachs jawohl mario wieder dabei mario ist nicht dabei wenn mario und gegner team werden würden wir trollen ja genau dann geschützer schluss noch dazu ist irgendwas und cromwell und noch mal genau vor links von mir ja er hat auch schon geschossen ich muss hier raus ich muss hier raus ich muss hier raus du fährst an die seitwärts nicht vorbei ja das habe ich nicht gesehen gerade danke komm mutter starten ich habe kevin vor mir kevin spielt da kommt noch ein t34 der ist vorbei gerast ja links ist auch einer jagdpanzer wahrscheinlich die 8er cromwell 5 wird dann mir angezeigt das ist noch weiter links aber ich muss kurz mal meinen motor reparieren ja es sind 8 8er flach es ist jetzt an der straße ich sehe es von meiner position aus aber ich glaube ich kann sogar ja es war so klar der andere vor mir fährt raus ihm passiert nichts auf mich geschossen ich habe dich gerecht glaube ich da fährt auf jeden fall wieder einer rein wo ich gerade stand was ist dieser komische kasten ne beim schirmeln der fahrer lebt noch ok oh man ich muss jetzt mal mit risiko spielen sonst wird das hier heute nichts mehr ich kann russisch man wieso denn immer auf meinem motor ihr schweine ja gut der zweite schuss schießt er durchs frack beziehungsweise ne der zweite schuss ging nochmal in den motor und meine munitionsreserven sind wohl nochmal hoch gegangen im motor das kann nicht sein unmöglich das kann nicht sein unmöglich ich habe ein buch gelesen und dann kam diese person rein ja und dann habe ich ihr 37 mal in die brust gestochen karl karl wie war es mit seinen händen deine hände wieso fehlen die Ja, ich hatte Heißhunger auf Hände und dann habe ich sie ihm abgeschnitten. Ich konnte nicht mal hochziehen, aber den T-34E konnte ich dir wegnehmen. Da kam ich nicht dran, da war das Gebäude dazwischen. Ich bin tot. Noch stehst du nicht im Scoreboard, du bist nicht tot. Noch bin ich. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein, jetzt erst. Drei Panzer haben auf mich geschossen, ohne dass ich auch jemals irgendwas hätte gemacht. Ich bin tot. Ja, aber du standest noch nicht im Scoreboard, also bist du noch... Nehmt. Jetzt standest du dann im Scoreboard, ja. Kackhunde. Joa, geht. Bisher. Nein, das ist eine Kackhunde. Okay. Don't worry. Be happy. So, jetzt muss ich mir erst mal eine Taktik ausdenken. Die Technik. Die Technik. Welchen Richtschützen habe ich? Man, das ist doch ein Scheiß. Ziel nicht gefunden. Dieser Dreckspanzer, ey. Scheiß Achilles. Geht mir so auf den Sack. Egal, wo du den Schuss kassierst, du bist tot. Das hätte fast ein Teamkirr bedeutet. Drehe ab. Freut mich. Echt gesund und munter. Da sind sehr viele Panzer auf dem Arm. Ich weiß. Als Opfer der... Jetzt kann ich aber immer da oben machen. Arterlei. Der hat kein Richtschützen mehr. Und kein La-Schützen. Kein Komponant. Er hat gar nichts mehr. Der auch nicht. Dann ist hier noch ein Chrome-Wild drin. Der zielt auf mich. Ah, ich gehe gerade in den Flieger. Achso. Vielleicht komme ich an ihn ran. Er ist gerade ein bisschen bescheuert. Das war jetzt richtig blöd von ihm. Ich kann auch den hat dann bestätigen. Ah, der läuft. Der M6 steht immer noch auf A direkt drauf. Da, wo mein Flieger jetzt ist. Was? Ich habe ihn direkt vor mir. Der dürfte aber nicht mehr allzu viel haben. Also einmal Richtschützen noch eventuell weg und dann... Hab ich. Ja, weil wie gesagt, ich habe den einen schon... Also ich habe ihn zweimal welche... Einmal in diese schräge vordere Platte reingejagt. Geradeaus durch. Und dann seitlich habe ich ihn auch nochmal. Das ist der M6. Ich beschütze dich. Weißt du, das ist sinnlos. Die haben nur noch 700 Punkte. Bis dahin wird keiner zu mir kommen. Ich beschütze dich. Arterlei Feuer auch. Ich fange sie alle ab. Die sind eh alle da irgendwo bei B da vorne, Alter. Hier ist irgendwo noch... Genau, hier ist noch eine Flak. Ja, und ich bin es vorbei. Mission erfolgreich. Yeah.